E-Bis 2023, Verena Kert gibt ersten Hochzeitsgäste bekannt. Lange musste Moderatorin Verena Kert, 41, auf ihren Antrag nicht warten. Nachdem sie im Camp nicht genug über ihren sehnlichsten Hochzeitstraum sprechen konnte, ging am Ende alles schneller als gedacht. Denn auf die Enttäuschung darüber, dass sie das Camp als erstes verlassen musste, folgte schnell eine Überraschung, die die 41-Jährige wahrscheinlich so schnell nicht wieder vergessen wird. Am Strand von Australien stellte Mark Terencey, 44, ihr die entscheidende Frage, die die Moderatorin selbstverständlich mit einem Ja beantwortete. Im Interview mit Radio Energy verrät die 41-Jährige nun schon die ersten Gäste, die auf ihrer Hochzeit dabei sein sollen. Auch einige Camp-Bewohner, innen scheint die Radiomoderatorin ein geplant zu haben. Wo geheiratet wird, wann geheiratet wird und wie geheiratet wird, das wird natürlich noch nicht verraten. Punkt. Einladen werde ich aber auf jeden Fall Claudia, Papis macht ja das Hochzeitstyling. Wir haben uns ja schon ausführlich über das Kleid, die Blumen, den Schmuck und so weiter unterhalten. Also Papis wäre auf jeden Fall dabei und Julina würde ich einladen. Ich würde einige aus dem Camp fragen. Ein paar müssen dann aber tatsächlich nicht dabei sein, die können ja dann irgendwie die Bilder nachgoogeln. Zu, den, Flitterwochen haben wir uns tatsächlich auch noch keine Gedanken gemacht. Wer am Ende Teil der Terencey-Kert-Hochzeit sein wird, wird sich zeigen. Die IBIS-News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Radio Energy